Hi, ich hatte zusätzliches Material, das einfach nicht mehr ins letzte Video gepasst hat. Und da habe ich mir gedacht, es sind süße Meerschweinchen-Babys. Die wollt ihr aber bestimmt unbedingt trotzdem sehen. Und guckt unbedingt das Hauptvideo dazu. Erst Link unten in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Wenn ich ein Baby putzen, da war immer fast umkippt. Hallo. Ja, ich weiß, du bist das Männchen. Du hast ja das Sagen. Das will ja keiner streitig machen. Meckerst du? Warum meckerst du denn? Ist nix bei, was du gerne haben möchtest? Meine Meerschweinchen hätten sich jetzt darauf gestürzt. Die sind eher ganz ruhig. Ich merke das schon. Früher, als wir noch keine Weibchen hatten, da ist teilweise Essen übrig geblieben. Aber wie? Jetzt tust du abends nochmal eben eine Gurke rein, damit die Babys fast über Nacht zu fressen haben. Und eine Gurke weg. Ja. Aber eine ganze. Bei den Jungs war das nie. Mittendrin statt nur dabei. Ja, noch passt ihr da rein. Oh mein Gott. Ihr seid so bunzig. Ich liebe Meere Babys. Und einer, der sich versteckt. Die wollen jetzt trinken. Ja. Jetzt ist es zu spät. Jetzt ist Dinner Time. Ich filme die gerade noch. Die sind nämlich gerade total niedlich. Und er guckt ein bisschen doof. Ihr wisst noch gar nicht, wie toll das ist, wenn man euch am Kinn krault. Genau. Guck mal hier am Kinn kraulen. Ist das nicht toll? Hier sehen Sie eine total überforderte Mutter. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich die Kinder hinbekomme. Und jetzt reicht's halt. Was ist denn die ganze Zeit da hinten? Da ist noch jemand anderes drin. Ja. So, Gott. Ja, der ist ja natürlich. Oh, weg ist er. So, du hast jetzt das komplette Rampenlicht. Sei niedlich. Es steckt jeder zwischen den Zehenfels. Und so sind Tiere. Und weiter geht's. Dumm, dumm, dumm. Hallo. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Alles klar? Alles klar? Das ist, das ist, wenn man an der PS4 sitzt und wenn man die Füße so lang hat und die Decke drauf hat, dann rennt, dann kommt der an. Und schmusset so lange, bis man nicht mehr an der PS4 sein kann. Ihr reißt den Kohlschwur oder Ruhlter. Ja, bitte, bitte. Er geht direkt vor das Gesicht und so. Jetzt gibt's was zu essen und es geht ihm nicht schnell genug. Ja, Müsjö. Er ist mal neben dich. Andere Seite. Andere Seite, hinter dir. Oh mein Gott. Ein schwarzer Kater. Eine Katze. Eine schwarze Katze. Eine Kamera? Da geh ich. Was wird das? Oh, da frisst ein Kater. Katze. Was willst du nochmal? Kater. Ein Kater. Hallo Kater. Guten Hunger. Okay, das war's auch schon wieder. Tschup, 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 tschup. Da die total nett sind, wo wir gerade waren, haben wir noch eine Pflanze bekommen und so. Und guck mal hier, Stöckchen für die Meerschweinchen. Ey, ihr Popnasen, guck mal her, ja. Nehmt euch mal ein paar Stöckchen. Die sind lecker. Ganz ehrlich, hier bewegt sich jetzt keiner. Aber Hauptsache die Schildkröte liegt da drunter. Los, geht doch. So, da, ne, da, da ist das. Marshmallow kommt nicht drauf klar. Es ist nicht im Naps. Ja, was soll das? Da ist wirklich nichts im Naps. Nur Stöcke, was soll ich denn damit? Die knabbern schon dran rum. Ja, was soll ich denn da sein? Vielen Dank.